Hallo und herzlich willkommen auf Game Mania zu einer weiteren Runde Hero's Siege. Ja, es geht weiter und zwar in Akt 3. Schon die letzte Welle. So, wir gehen rein. Schon die letzte Ebene. Mann, Mann, Mann. Mann, Mann. Mann, Mann. Autsch. Und jetzt sagen wir das Damage. Da sieht schon mal schlecht aus. So. So. Das ist an dem Markt. Und ein Schlüssel. Wollen wir mal den aufmachen. Wir haben eine Rüstung erhalten. Die aber leider nicht so gut ist, wie es aussieht. Ah. Ich glaube, das ist gut. Das geht ja weiter. Was ist das? Ich glaube, wir haben die Rüstung gebeten. In der Kunde ist der Kunde. Ich glaube, wir haben die Rüstung von den Kunde. Das wird auch nicht so gut gebeten. Ich glaube, wir haben die Rüstung von den Kunde. ich fände dieses schild eher uneffektiv muss ich jetzt schon sagen so wie ich mir das vorstelle nix ich glaube wir haben alles auf der Ebene abgesucht jetzt müssen wir doch die Gegner machen ich komme nicht mehr rein in den ganzen oh ich komme nicht mehr rein in den ganzen oh 88 Ich weiß gar nicht wann der Boss kommt, nicht aufgepasst. Aber wenn wir gritten, sind die Gegner auch 1-Hit. Ich würde fast sagen, dass wir noch ein bisschen auf gritten haben. Das ist die Chance selber, als dass wir einen Kripp machen. 9.80 Uhr. Ich schätze mal, am 90 kommt der an. Glaube ich, denke ich. Ah, die Köpfe auf. Äh, ich muss probieren. My enemy is left. Dungeon... Ich weiß nicht, ob ich da reingehen soll. Ich glaube, ich geh da mal rein. Ja, muss ich sogar Boss leer below. Ich muss hier rein. Äh, ich guck nochmal. Das wollte ich nicht. Skillen können wir nicht. Äh... Aber, hab ich nochmal mein Inventar gesehen. Da können wir auch nichts. Und hier hat man irgendwas. Vergleichen wir mal mit... Inspekt. Das ist... Einfällt ist strange. Nur... Also, das bringt man fett Armour. Und das andere ist definitiv besser, was wir jetzt haben. Gut, also... Ach, da rein. Schütze, den kann man kloppen. Wir haben... Fast 100k Leben. Wir haben... Fast 100k Leben. Äh... Können wir machen. Oh, der hört sich von seinem. Alter. Hier ist er ab. Aua... Oh Gott. Easy. Kein Problem. Danke. Äh... Gucken wir uns was machen, was wir bekommen haben. Äh... Hier haben wir... Äh... Hier haben wir noch was. Aber es sind schon krass Stärke mit am Start. Weißt du... Und Armour hat es natürlich auch ordentlich. Weiß nicht. Es ballert uns schon hoch. Wir benutzen das einfach mal. Gucken wie sich das so auswirkt. Crip. Und... Es geht weiter. Wir haben hier eine Sequenz. Und... Es geht weiter. Wir haben hier eine Sequenz. Magic Pod. da war ich da auch schein schlüssel laden gibt es wieder schon fast sagen wir brauchen schlüssel für mich das gefühl dass die stärke sich jetzt kurz nach dir ausgewirkt hat meine schiefmann feilschein schlüssel wäre geil, boi zwei werden auch noch geil ich habe mal die musik erinnert auch so schön das spiel hat ja mehrere updates eigentlich schon bekommen das genauer man verändert habe ich mir nicht angeguckt aber ein bisschen was geändert und da kommt schon ein was cool wollen wir den aus fressbrett hauen die das ist ja so schnell totes der 204k leben ich weiß auch damals wir machen hier auf das ist eigentlich dumm den aufzumachen und hätten nur um die goldkäste aufmachen sollen die hier rein drei drei jo jo alles mitnehmen der probleme können die goldkäste nicht aufmachen weil irgendwie ein bisschen dumm war von mir ähm schade und die anderen Kisten auch nicht dankbar warmer fehlt uns jetzt das boss item auch und frech lol voll die items hier ich bin kein Viech hinweg zum fressbrett 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 das schon wieder anladen wir können schon wieder items geiern für die musik holen hier das ja kann man gebrauchen aber wir kriegen auch mal langsam Tränke die wir schon mal eingenommen haben und dann was zu bringen natürlich die meisten die meisten habe ich nicht getrunken das war ja noch ein Leder oh nice nice das ist oh da vergessen wir noch die Falle drin wir können nur hoffen dass wir noch Schlüssel kriegen critical deathbott erstmal noch stärker los geben wir lieber einen Schlüssel das ist auch immer diese Fanlänge da stellen wollen die sagten wir wir mittlerweile mit den Boden auch oben so kommen wir da rein aufstädten wo die fett fett nai ne Nein, und noch nicht. Herzlich gelohnt hier rein zu stemmen. Vor allem weil jetzt auch noch mal alles resettet wurde, jetzt könnten wir noch mehr Zwischen finden, weil ja wieder neue Trünen da sind. Da kriegen voll viele Items. Ja, aber natürlich, nun jetzt auch diese... Braucht man schon mal zwei Schlüssel einfach mal rein kommen, oder was? Aber ich hoffe, es spawnen auch mal irgendwann mal Diamanten-Schlüssel. Das ist echt nice. Oh, so viel Geld. Boah! Oh! Wir kommen gleich durch dieses Land Ministro jetzt hinweg. Deswegen eigentlich so kein Damage mehr. Schallig bin ich die ganze Zeit nur verreckt wegen den, weil ich noch so schwache Rüstung hatte halt, also kaum Armor. So und ich würde sagen, da die Wave gerade ist, eignet sich das wunderbar um den Part hier zu beenden. Hier sehen wir noch mal meine ganzen Items die ich mittlerweile habe und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal.